Der hat bestimmt Corona, Leute. Lass ihn hier in der Basis stehen. Oder Affen. Corona ist in Ordnung, das ist besiegt. Doch, doch. Der hat ordentlich Sachshaft. Das ist der Corona. Das existiert gar nicht. Ja, das ist so 2021, Leute. Ernsthaft. Bis ich es bekommen habe, Junge. Das waren die letzten zwei Wochen meines Lebens. Mit einem guten Immunsystem geht das. Ich entspann das. Ja, Mann. Flex hat recht. Konzentriert euch jetzt mal. Sorry. Spaß einstellen, danke. 90 Sekunden. Oh, leider nicht. NIEMES. Oh mein Gott. Bist. Meine Worte. Jetzt sind wenigstens wieder alle wach. Das will ich auch mal so sein wie er. Oh. Was soll denn du alle? Ey, Haarricht. Ja, so. Mhm. Riechst du das? Das ist meiner, gell? Oh Mann, ey. Und am Tags. Schlagsehne. Ey, Leute. Sind Rauchgranaten ohne er auch Granaten? Ey. Schau wie die dich alle... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Psch, 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 psch. So, hier die Lokal anstellen. So, 20 Sekunden. Fokus. Viel Spaß. Haut sie weg. war das motivierend motivierend also mein joke war auf jeden fall motivierend was so das sind nicht qualitiert Ja, ja, das war's für Popwater. Let's go. Ich bin stuck im Habicht. Habicht, lass mich los. Step 4, I'm stuck. I'll help you. Soll ich zurückfahren oder geht? Ja, ist gut, ich bin schon raus. Helft mir auch raus. So raumeingenehm, komm. Schießen wir uns doch mal hin, außer bei 6. Kontakt, Kontakt, Frage. Ja, Kontakt, andere Flussseite. Logi oder was ist da? Infanterie. Okay, aufhalten. Koffer, spring mal kurz oder leg dich hin, du bist am Rumbacken. Jo, danke. Danke. So, mehr nach Nord hoch, schön auffächern, Räume zu machen. Jemand anders noch Kontakte? Negativ, also, nein. Charlie ist ja PKP. Drei nicht. Und die kommen auch rübergemufft gerade. Wir kriegen jetzt die ersten Kontakte. Schön, wenn du so richtig rausziehen kannst, dann drücke ich sobald die Captives sofort in Norden rein. Ja, aber du kannst jetzt schon nach Fullswood gehen. Äh, Fulls Hill gehen. Ich glaube, das ist so ruhig alles. Ich bin überrannt worden, vermutlich aus Norden. Wir kriegen jetzt Südfeinde rein. Feind in Footills auf den Felsen. Das HMG ist weg. Foot Hill hat jetzt, ähm, Krio. Koffer und Yeti wieder, ähm, Hab suchen gehen. Könnt ihr die, äh, Mörsack gleich draufsetzen, wenn die aktiv sind, auf die Felsen nördlich von Footills? Ich versuch hier, gleich auf Hochzonen. Ah, ne, okay, ne, bin ich wie L noch da ist. Ne, den hab ich. Na, scheiße. Der ist. Wir werden überrannt. Okay, wenn wir vibed sind, neu rein spawnen. Jo. APBV bei Footills. Spiel da nicht zu weit, die Brückenseite. Geh nach, äh, Never Lower. Mit Prio Hub. Und dann Richtung... Ah, Hilltop ist aufgedeckt, das Radio. Wiederholen. Dann schaufel es ab. Na, mach's weg. Dann ist das so. Mörser einstellen auf Niva, Footills, Lord. Hatte auch keine Pops auf Lower gesehen. Weil, falls es unsere sind. Versuch, den Attackmarker zu bekommen. Und dann drücken wir von dort nach Niva Lower runter. Charlie lief ein Marksman. Was ist dein Fünfermarker da oben im Norden? Wir blocken momentan Footills Cap. Warte? Ich komm auch ran. Was ist dein Fünfermarker im Norden? Der Fight muss bei dem Primärmacher. Wir bleiben. Wir bleiben. Wir sind im Norden. Wir haben die unter Kontrolle. Ich nur wieder. Jawohl, mach mal. Also sie sind auf unserer Linie. Wir müssen die hier rausschießen. Der Cap steht gerade. Der ist tot. Hast du den? Nein. Hier ist auch einer Minus. Du bist gleich am Ausbluten. Kommt jetzt in die Cap rein. Direkt auf meinem Schwertmarker sitzt einer in der Kugel. Achtung, hier ist so ein ekelhafter Busch. Warte, warte, warte. Hier muss vor uns einer sein. Ekel, top. Tot, 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 tot. Guter Call, hab ihn, Bosch. Hier. Soll ich... Soll ich ne Hub Nordrallye von Lowerdown bauen? Squad 2 Rallye überlaufen worden im Norden. Achtung, fein dabei. Schau, dass du das Nordrallye abschaufelst. Auf Observe krabbelt einer. Den krieg ich nicht. Ich hab keine Granate mehr. Wir werden bei Bunker auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf Observe ist so. Dann helft dort, dass die Shredo direkt bekommt. Das wäre echt ärgerlich, wenn wir das jetzt verlieren. Wir kriegen da auch Feindmörser am Platz. Feindmörser aufgeht. Der liegt direkt bei mir. Der liegt direkt... Der liegt immer noch in meiner Kuhle. Direkt auf meine Position. Der Kap aus Füllzelt steht. Ihr müsst in die Kap reinkommen. Ich stehe in der Kap. Okay. Wirf mal eine kurze Granate hin. Direkt auf meine Position und Observe. Südlich von dir krabbelt einer auf meinem Observe-Marker. Und einer liegt direkt auf meiner Leiche. Der ist immer noch da. Wo soll ich dir Tech-Fop bauen? Da beim Siebener oder wo? Nein, lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Du brauchst erstmal nichts bauen. Stell den Lodgy irgendwo ab. Hier auf deinem Move-Marker. Park ihn dort. Setz deinen Rallye. Und dann machen wir es für später. Ich benutze den einfach hier zum Rallye nachladen. Ich fahre mit dem Rallye ganz im Norden rum. Wir warten einfach fünf Minuten oder so. Dann wissen die, da ist nichts mehr. Kringt. Wie sieht es bei dir aus? Warme Räser. Müsste safe sein. Copy. Ich kriege da keine Nade reingeschockt. Also meine Nade ist womit daneben geflogen. Hast du Amo? Soll ich aufgehen oder nicht? Komm. Wie lange hast du noch? Dann kripp das bitte. Und wie sieht heute aus? Da liegt ein Gegner direkt auf meiner Leiche. Okay. Wenn ein bisschen Unterstützung kommt. Ah, GL ist nicht da. Ja, macht den langsam. Dann wird schwierig. Lieber Lower Stand. Kappale ist leer. Oh, ich habe ihn gerade gesehen mit dem Köpflein. Okay, copy. Dann suchen wir weiter. Bah, habe ich das tot. Okay. Sehr stark. Und immer noch einer auf Observe muss der sein. Der ist da gekrabbelt und liegt im Busch. Ja, Observe habe ich schon längst gekillt. Achso. Aber der ist jetzt irgendwo vor mir Charlie. Copy. Schau, dass du schnellstens wieder am Geschehen teilnimmst. Ja. Flexki auch mal mit Radio suchen. Also wir, wir binden hier mindestens eins. Ja, er machten wir. Bei dir oben? Okay, dann bleib da. Dann spiel die Seite. Also, wenn da die, ist die, ist das Radio korrekt gemacht auf Radio Tower? Schau, das ist Minus. Nee, das sind die zwei Mörser, die da stehen. Okay. Wer konnte ich nicht aufklären? Wir müssen mal wissen, ob die auf Nivelauer überhaupt bauen konnten. Bis jetzt noch nichts gesehen. Schaut, dass du hier wegkommst, habe ich. Jawohl. Kein Radio gehört auf der Ostseite auf jeden Fall. Dann, und wie sieht es Nivelauer aus? Dann lass uns durchgehen. Wenn, dann nötig von mir. Dann müssen sie über den Fluss kommen. Wenn die Flussseite ja auch nichts war. Leer, ich habe noch keinen einzigen Feind auf Lauer gesehen. Ja, willkommen. Feindlicher Lodsch, die fährt jetzt gerade durch die Sivelauer. Drückt auf Nivelauer. Drückt auf die Dürchter. Ja. Äh, logische Waffe, wie viel hast du noch? Äh, zwei... Drückt auf den Nivelauer, Cap. Okay. Äh... Der ist safe, ja. Äh, ich kann nicht dann zum Heilen kommen. Einer zu mir versuchen, einen Ready zu stellen. Löst euch von da oben, Cap reinkommen. Wir haben ja noch vereint so eine Kräfte auf den Steinbeuf-Hotels. Wir sollen das wirklich nicht in den Rücken schießen. Oh, unterwegs. Jawohl. Feind kam aus dem Norden, Nivelauer. Nice. Also, wir können sogar den Rallye placen. Die an den Mörsern, kommt der klar mit dem Radio, oder sollen wir euch kurz... Am... ...heden Cliff. Jawohl. Also, es ist am Grund. Nutzt den Rallye... Wie gesagt, du runter, bitte. Da muss der Feind, den Norden, die Mörsern haben. Okay. Du setzt die Häuser dann und farmt die einfach ab. Feind, aber gerade. Wo Feind hab? Charly's Minus. Nice. Ich steh in dem Feintagmarker nicht, wo ist die? Südlich Niveau, glaube ich Upcreation, ja, copy Ich glaube, ja Die Flanks dagegen drücken, der Rest in die Cap reinkommen Wir cappen jetzt erst langsam an Cappen Westfalia, Nord-Ost von dir Nahe dran, hat einen Treffer Wir haben das Feindradio aufgeklärt, südlich Niveau Sehr stark, dann die Flanks Flanks kümmern sich um die Radios Dann kriegt der Premier aus Nord wahrscheinlich jetzt Druck Wir haben eine Hub im Süden Die haben sich Radio gefunden Ich raffe nicht, dass die dich nicht pushen, also pass auf deinen Norden auf Habt ihr eine Ahnung, wo ungefähr die Feindmörser sind? Die waren markiert und auf Radio fahren Die waren akkuraten Cap'n Fussfield, lieber Wir hätten schon mal kurz Gemörse gehabt Da muss irgendwas aus Nord kommen, ich hab da jetzt auch welche erschossen Ja, ich verlieh grad den ganzen Squad hier Wer hier? Wir haben einen Transbo, wird markiert für die Mörser Bist du unten drin bei mir, Killer? Ups Ich hab hier grade, Waffel, bist du hier drin gewesen? Ich bin nicht bei dir Okay, ich hab hier grade Holz gehört Dann zwei und Borsch versucht die Nordseite von Livernauer zu nehmen Wir haben grade Full Cap drauf Rallye von 4 ist down gegangen Äh, 6, pass auf Spazier Rallye ist überlaufen Wo, wo war der Rallye? Nördlich ist Nivea Arpa Ich gehe noch ein paar Nördlich ist Nivea Arpa Nördlich ist Nivea Arpa Bei dem blauen Haus Äh, bei meinem Lodgy Auf Ja, ist geil Prio auf Nivea Lower Notfalls traden wir da Ähm, 2, zieh die Lodgy schon mal nach Äh, Cap nicht mehr Börser Transpurs sind gut Vandal, ich brauch dich südlich von Nivea Lower Kommt da jetzt hin Ich komm hin Da wollte ich ja hingen gerade Scheinbar bereits an der Nivea Arpa Die kommen jetzt primär über die Flussseite und über die Nordseite aus den Wäldern Habe ich das tot? Ich bin tot Der Cap Nivea Lower Stopp Der Cap Nivea Lower Stopp Die auf sich beschlossen Okay Cap steht in Ja Wir haben das Radio Wir weiter, wieder weitermachen Unser ist am Radio, nice Sehr stark Wenn es offen steht und wir Mörser live haben, las Mörser arbeiten machen Ist im Haus Ist im Haus, okay dann Mör, Radio ist weg Find Radio Nivea Lower ist weg Sehr stark, sehr gute Arbeit, super Ist das unten im Süden was verfallen? Ja, im einen in seinem Haus habe ich Glaube ich Ein grünes Haus Ja, oder nur die Überlegung Na, na, na Ich würde sagen, dass du vielleicht mal versuchst Dann schieb Haben wir dann Transfer gesprengt? Dann 3, 6 Schieb dann Nach Nord zu 2 Um dort zu helfen Und bringt ihre Leute in die Cap rein Und dann holt den Lodgy von 2 im Norden Zieht den runter, damit wir in der Hub die live setzen können Die gehen dann ganz auf Bravo Genau da, wo die ihre Hub haben Im grünen Haus? An meinem Rating kann man auch rein spawnen, wenn ihr durch seid mit Lower Ja, mach auf Ja, das ist super Ja, das ist super, ja Aber wir müssen erstmal einen Lower haben Fightert höchstwahrscheinlich spawnen nördlich zu Nivea Upper Aaaaah Ja, das ist super Okay Jawohl Da lief noch irgendwo ein Gren auf Charlie ungefähr rum Der hat sich hingelegt Radius sind bleed out, die versuchen das aber zurück zu holen Sehr geil Charlie einer Minus So, Chief Bravo Wir Cap'n wieder Guten Tag Guten Tag Guten Tag Ich fahr grad wieder südlich 1 rückt nach Die safen das Radio 6-3 Geht nach oben Ja, ich kann hier nicht raus Ich bleib in der Cap'n Sind die schon drinnen? Irgendwo beide? Im Radio? Hier ist hier bei dir einer draußen tot Danke Da ist noch eine PKP Nordosten von uns Ja, irgendwo Up-Surf MG ist down Ja, ja Bleib fliegen, bleib fliegen Bleib fliegen Geht die Lasten Mach'n Geht die Lasten Geht die Lasten Mach'n Wir Cap'n nur noch mit einem Strich Wir Cap'n nur noch mit einem Strich Ja, Hauptsache du bleibst in der Cap'n Ja, verstanden Ja, aber ist mir noch in der Cap'n Ja, bei der My Marker biegen sich angeblich grad feine runter Ja, schau dass du nach Ost so schnell wie möglich kommst Ich krieg jetzt über Süden gleich Druck Ich glaube ich kann es nicht mehr lange halten hier Radio ist zerstört Sehr geil Nordradio ist auch weg Das heißt wir haben gerade keine Spawn-Möglichkeit mehr Ja, Osten steht nur noch die Die Südseite beziehungsweise Südostseite Da könnte jetzt der Feind bevorzugt herkommen Sehr geil, also Feind kann nur noch bevorzugt über Süd-Süd-Ost herkommen Flex, du schießt da mega Zwei setzt auch schon mal nach Radio Tower Wir haben den Cap'n gleich durch Ich schieb komplett nach Süd Und dann machen wir das Ding hier zu Gren ist weg So, wir schieben dann jetzt gleich direkt nach Süd runter Wenn der Cap'n durch ist Wir holen uns den Kills Wir holen uns den Kills Wir haben noch viel left, keep pushing Warte, Munition, Munition, Munition Der Last 50 bitte Nein, es ist zu spät Ich test Ben, mein Squad geht bei 7 rein Richtung Bravo Ja, ich losche alles Also runter drücken Richtung Attack Marker Borsch, geh du auch mit nach Radio Tower Wir setzen dann gleich rüber Wir setzen dann gleich rüber Hier ist noch einer bei Hier war noch einer glaube ich bei mir irgendwo Ähm, Süd-Ost eventuell Passt mal auf Süd-Ost Nordic von euch Squad 4 Giftzwerg Sollen wir mal gucken, ob er den Lodge hier safen kann So Haben, haben wir uns zerstört, schade Haben wir auch nur einen Transpo Ich gebe auf Ne, 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 bitte nicht Ich gehe, ne, ne, ich mach was Ihr macht da weiter südlich Struck Und wenn ihr Süden freigekämpft habt, dann geht ihr nach Ost über die Brücke Ähm, ich hole den Lodgy Beniva Upper und bring ihn dir zu Radio Tower, wenn ich es schaffe Weiter Richtung Bravo Sehr geil Mit 5 Borsch läuft jetzt direkt auf zu Giftswerk, hast du nördlich bei dir noch Feinde? Komm jetzt noch Mörser runter auf den Helimark oder nicht? Ja, Copy Ich jetzt neutral Ja Weitere noch, ob der Lodge im Markt noch aktiv ist? Ne, ne? Der hat heute Zerschütter Bei Nivalaur Nivalaur Habt keine Meldung Habt ihr Nivalaur irgendwo noch Fahrzeuge? Nö Ich glaube, wir haben die gleich E-Ticket tot, so wie es aussieht Nö Die kommen gar nicht so Wird da einfach noch eine Fortschritte sagen, ob der noch da steht Ist Flex, ich will den Ehre Nein! Richtig geil Sehr geil Sehr stark Schön Sehr stark Schön gespielt Danke Koffer Ähm Ne, du nicht Hallo Okay Vielen Dank, Yeti Danke fürs Aushelfen Ja Mega Arbeit Richtig geil Haben wir die rausgenommen Sehr gut gespielt Flick